Der Begriff Longevity ist derzeit in aller Munde. Kein Wunder, denn möglichst lange zu leben und das bei körperlicher und geistiger Fitness. Hey, den Wunsch haben wir doch eigentlich alle. Welche Rolle dabei starke Muskeln spielen, was Sie für Ihr persönliches Anti-Aging, das heißt für schmerzfreie Gelenke und gegen Arthrose selbst tun können, erfahren Sie hier. Hallo, ich bin Stefan Preiß. Ewige Jugend, solange es uns Menschen gibt, träumen wir davon. Aber das Thema scheint aktueller denn je. Es kursiert in ganz vielen Medien derzeit vor allem unter dem Begriff Longevity. Longevity, auf Deutsch Langlebigkeit, hat jedoch nicht nur das Ziel, die reine Lebenszeit zu verlängern, sondern vielmehr den Alterungsprozess zu verlangsamen, das heißt Anti-Aging, um die gewonnenen Jahre möglichst fit und gesund genießen zu können. Das hört sich großartig an, ist aber zweifelsfrei ziemlich komplex. Neben dauerhaft gut funktionierenden, gesunden inneren Organen, das heißt Herz, Lunge, Leber, Nieren, aber auch Augen und Ohren etc., haben geistige Fitness und ich möchte sagen seelische Zufriedenheit, das heißt Mental Health, grundlegende Bedeutung. Aber mal ganz ehrlich, was nützt das alles, wenn unser Bewegungsapparat, unsere Gelenke nicht richtig funktionieren, sich beispielsweise ein schwerer, schmerzhafter Gelenkverschleiß, eine Arthrose entwickelt, die Knochen aufgrund von Osteoporose brüchig werden, die Kraft nachlässt und die Muskeln immer schwächer und schmerzhafter werden. Für Longevity, und hier komme ich als Orthopäde ins Spiel, ist ganz entscheidend, dass wir uns bis ins hohe Alter möglichst schmerzfrei bewegen können und möglichst mobil bleiben. Und dazu muss letztendlich unser gesamter Bewegungsapparat langfristig gut funktionieren. Falls Sie jetzt von mir ein Patentrezept erwarten, muss ich Sie jedoch enttäuschen. Das gibt es leider nicht. Es gibt aber ein paar grundlegende Dinge, die zweifelsfrei ganz wichtig sind und die Sie unbedingt beachten sollten. Gelenke, Muskeln und Sehnen müssen gefordert werden. Ganz klar, ständig Ruhe halten, zu viel Schonung ist der völlig verkehrte Ansatz. Gelenke brauchen Bewegung. Bewegung ist für die Ernährung des Knorpels und für die Produktion von Gelenkschniere wichtig. Zum anderen stärkt Bewegung unsere Muskeln. Und die sind für eine gute Stabilisierung und Steuerung unserer Gelenke entscheidend. Ideal ist ein regelmäßiges, ausgewogenes Bewegungstraining. Ausgewogen heißt zum einen, es sollten möglichst alle Gelenke angesprochen werden. Zum anderen sollten Sie möglichst unterschiedliche Bewegungsformen in Ihr Fitnessprogramm einbauen. Um es konkret zu machen, neben Kardiotraining sollten Sie regelmäßig Stretching-Übungen machen, Stabilisierungs- bzw. Koordinationsübungen durchführen, vor allem aber einen besonderen Schwerpunkt aufs Krafttraining legen. Neuere wissenschaftliche Studien zeigen nämlich, dass gerade Krafttraining eine ganz zentrale Rolle für Gelenkgesundheit spielt. Starke Muskeln unterstützen die Gelenke, indem sie die Belastung während der Bewegung absorbieren und verteilen und so aktiv zum Schutz vor frühzeitigem Verschleiß beitragen. Darüber hinaus wirkt sich Muskeltraining auch positiv auf die umliegenden Strukturen aus, das heißt Bänder, Sehnen und Knochen. Krafttraining verbessert nämlich ebenfalls deren Belastbarkeit. Ja, auch wenn man eigentlich nicht früh genug damit anfangen kann, fürs Krafttraining ist es nie zu spät. Denn gerade mit zunehmendem Alter steigt das Risiko auf Muskelschwund. Krafttraining hilft, Muskelschwund vorzubeugen oder zumindest zu verlangsamen. Das heißt Anti-Aging, indem Sie Ihre Muskeln gezielt fordern. Krafttraining trägt zudem dazu bei, die Knochendichte zu erhöhen, das heißt den Knochen fester und stabiler zu machen. Sie bremsen auch hier den natürlichen Alterungsprozess, indem Sie durch Krafttraining eine Osteoporose vorbeugen. Und das ist gerade für Frauen besonders wichtig, die insgesamt eher zu Osteoporose neigen. Insgesamt sind regelmäßiges Bewegen und gezieltes Muskeltraining das beste Anti-Aging für unsere Gelenke. Ja, auch wenn vor dem Hintergrund von Longevity und gesunden, fitten Gelenken Bewegung bzw. Sport ganz wichtig ist, sollte man es nicht übertreiben und den Bewegungsapparat ständig stressen, überfordern oder gar schwere Verletzungen provozieren. Dazu vielleicht noch ein paar Basics. In der Sportmedizin unterscheidet man zwischen High-Impact-Sportarten, also Sport mit intensiver Gelenkbelastung, und Low-Impact-Sportarten. Zu den High-Impact-Sportarten gehören beispielsweise Fußball, Volleyball, alle Sportarten, bei denen irgendwie gesprungen wird, aber auch beispielsweise Skifahren. Zu Low-Impact, das heißt Sport mit nur geringer Gelenkbelastung, zählen Radfahren, Schwimmen, Yoga, Fitnesstraining etc. Also Sportarten mit runden, sanften Bewegungen. Naja, dass Low-Impact-Sport für die Langlebigkeit unserer Gelenke besser ist als High-Impact, liegt auf der Hand. Andererseits, und ich denke, da bin ich mit den allermeisten von Ihnen einig, geht es im Leben auch darum, Spaß zu haben. Deshalb meine klare Empfehlung, denken Sie nicht in Schwarz-Weiß-Kategorien. Machen Sie an Sport das, was Ihnen Spaß macht und was sich für Sie gut anfühlt. Übertreiben Sie es aber nach Möglichkeit nicht. Gönnen Sie sich ausreichende Regenerationsphasen und achten darauf, dass Sie, auch im Falle von einer vielleicht kleineren Verletzung, diese vernünftig aushalten lassen. Und noch etwas Grundsätzliches. Wechseln Sie häufiger Ihre Aktivitäten. So haben Sie meist ganz automatisch die eingangs erwähnte wichtige Ausgewogenheit zwischen Kardiotraining, Stretching, Koordination und Krafttraining. Zum Schluss noch eins. Im Zusammenhang mit Longevity und Anti-Aging werden immer wieder auch Nahrungsergänzungsmittel, sogenannte Supplements, empfohlen. Inwieweit Supplements zu einem längeren, gesünderen Leben beitragen beziehungsweise uns fitter machen oder ob es nur Marketing ist, dazu erfahren Sie mehr in einem speziellen Med-Clip. Bleiben Sie gern dran und erfahren mehr zu weiteren interessanten Themen rund um Gesundheit, Bewegung und Gelenke. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken einfach hier unten auf den Button. oder Sie besuchen uns persönlich in der Klinik am Ringen Köln. Meine Kollegen und ich sind gern für Sie da. Bleiben Sie fit und gesund. Ihr Stefan Preiß will Sie später sagen Sie bitte nachdem am Ringen Köln. Whir geben Sie auf Ringen Köln. Also geht es auf die Legislatur machen. Ich würde sich selbst beschäftigen, wie geht es mit einer Band Schm 달라, çonne nach Lebhaven Beiträchtigung.